Spiele, Spiele, nichts als Spiele. Auf dem Markt gibt es so viele Spiele, wie soll man da den Überblick behalten? Und welche davon sollen wir am nächsten Spieleabend spielen? Und jedes Jahr kommen immer weitere tolle neue Spiele dazu. Stundenlanges Anleitungen lesen, um dann am Ende festzustellen, dass man eigentlich auf ein ganz anderes Genre Lust hat, kennen wir nur zu gut. Gut, hier kommt Quigli ins Spiel. Wir stellen euch Spiele aus unserer Sammlung in kurzen Videos vor, um die Entscheidung bei der Auswahl der Spiele zu vereinfachen. Bewerten wollen wir bewusst nicht. Geschmäcker sind schließlich verschieden. Bei uns geht es einfach um die wichtigsten Infos rund ums Spiel. Allgemeine Informationen, worum geht es, wie sieht der Aufbau aus, was passiert während des Spiels, wann endet es und, ganz wichtig, wer gewinnt. Diese Fragen beantworten wir euch und wir hoffen, ihr habt Spaß. Mit unseren Videos und dann natürlich bei eurem Spieleabend. Ihr wollt wissen, welche Spiele wir schon haben? Dann klickt mal rein. Mehr Videos kommen hier laufend dazu. Interessiert ihr euch für ein Spiel aus unserer Sammlung, aber es gibt noch kein Video? Dann schreibt uns und wir sehen zu, dass wir es schon bald zum Leben erwecken. Unterstützt uns gerne mit einem Daumen hoch und lasst auch ein Abo da, um nichts zu verpassen. Quigli Mit uns kommt ihr schneller ins Spiel.